Guten Morgen! Wir beginnen heute im Heldensitz. Setz dich hier gerne etwas breiter hin, sodass dein Po zwischen den Fersen einsinken kann. Wenn du Schmerzen in den Knien hast, schnapp dir ein paar Socken oder kleine Handtücher, roll die ein und schieb die in deine Kniekehlen. Darüber hinaus greif dir gerne ein Buch oder einen Block. Platziere den zwischen deinen Füßen unterhalb deiner Sitzbeinhöcker. Genau! Die heutige Stunde beinhaltet ziemlich viele Öffnungen, das heißt, wir schaffen und suchen die Weite. Gleichzeitig werden wir uns aber immer wieder mit der Kraft unserer Mitte verbinden, um diese Weite zu tragen, zu halten oder vielleicht sogar zu gestalten. Jetzt aber zuerst mal eine kleine Atemübung. Lege dazu die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger aufeinander und lass dann deine Hände auf die Oberschenkel sinken. Roll die Schulter nochmal zurück, richte dich auf, schließe die Augen und dann schließe die Augen innerlich nochmal. Lass den Blick sinken. Versuch jetzt genau so lang ein- wie auszuatmen. Zähle innerlich die Sekunden. Und spür mal nach, wie dir diese Form der Atmung zu mehr Ausgeglichenheit verhilft. Wenn du möchtest, kannst du die Bewegungen der heutigen Stunde auch gerne sinnbildlich verstehen. Indem, indem du dir immer wieder vergegenwärtigst, dass das Öffnen, das Weite schaffen, für ein Willkommenheißen dessen steht, was bereits ist. Für ein Annehmen der Realität. Und, dass die Kraft deiner Mitte dir dabei hilft, in einem zweiten Schritt nach dem Annehmen eben diese Realität zu gestalten. Mit der nächsten Ausatmung lass dein Kinn Richtung Brustbein sinken. Dann atme ein, heb den Kopf, halte drei Sekunden die Luft an und mit der Ausatmung senkst du das Kinn wieder ab. Drei Sekunden anhalten. Einatmen, heben, Luft anhalten. Ausatmen, absenken, anhalten. Mach das ein paar Mal für dich. Einatmung und Ausatmung gleich lang. Zwischendrin jeweils drei Sekunden Atemverhalt. Dann lass ein letztes Mal dein Kinn zum Brustbein sinken. Und mit der nächsten Einatmung öffne die Augen, leg die Hände ab. Wir wollen jetzt die Atmung mit einer kleinen Drehung verbinden. Dazu hebst du einatmend die Arme über die Seite. Ausatmend drehst du dich nach rechts. Linke Hand am rechten Knie, rechte Hand am rechten Fuß. Einatmen, heb die Arme wieder über die Mitte an. Ausatmen, ausatmen, die Drehung nach links. Rechte Hand am linken Knie, linke Hand am linken Fuß. Genau so nochmal. Einatmen, die Mitte. Ausatmung, die Drehung nach rechts. Ausatmen, die Drehung nach links. Einatmen, schaff weiter. Ausatmen, dreh dich zur Seite. Nochmal so. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, dreh dich. Atme ein. Komm nach oben. Und ausatmend. Lass die Arme wieder sinken. Gut, du kannst jetzt den Block rausnehmen und ans vordere Mattenende legen. Vielleicht brauchst du den dann nachher. Die Unterschenkel etwas enger zusammenlegen, sodass der Po nicht mehr ganz so tief sinkt. Und dann machen wir eine kleine Dehnungsübung zum Einstieg. Lass die Stirn sinken bis runter auf die Matte. Bring deine Hände nach vorne, einatmend. Und ausatmend krabbeln deine Finger jetzt weit nach rechts, bis zum Schluss nur noch die linke Hand weiter krabbelt und sich auf der rechten Hand ablegt. Lass den Kopf sinken und spür jetzt die Dehnung in deiner kompletten linken Seite. Bleib hier. Fünf Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung komm einatmend zur Mitte. Ausatmend krabbeln die Finger weiter. Nach links, bis nur noch die rechte Hand weiter krabbelt und du deine rechte Hand auf der linken ablegst. Atme ganz bewusst dahin und spüre, wie die Dehnung mit jeder Einatmung etwas intensiver wird, mit jeder Ausatmung ein bisschen nachlässt. Dann komm einatmend wieder zur Mitte. Atme hier aus. Und einatmend komm nach oben. Okay, du sitzt ja schon am vorderen Mattenende. Ich drehe mich jetzt kurz um. Und dann strecken wir endlich mal unsere Beine aus. Schieb zuerst dein rechtes Bein weit nach hinten. Setz die Fußspitzen auf. Schieb deine Ferse nach hinten weg. Mach dasselbe mit dem linken Bein. Dann setz das linke Knie wieder ab. Einatmen. Heb die Knie weg. Ausatmend komm in deinen ersten Hund für heute. Und wie immer, gestalte den gern etwas dynamischer. Wippe mit den Knien. Dreht mit den Fersen auf und ab. Finde die Bewegung, die dir jetzt gut tut. Schüttel deinen Kopf. Dann einatmend komm in kleinen Schritten nach vorne. Die Füße Richtung Hände. Wenn nötig, dann beug die Knie ein bisschen. Ausatmen, lass dich sinken. Und greif deine Ellbogen. Bleib hier eine ganze Weile. Sieben, acht Atemzüge. Verlagere immer wieder dein Gewicht etwas. Spiele mit der Dehnung auf deinen Beinrückseiten. Dann, mit einer Ausatmung, lass die Hände zum Boden gleiten. Und komm, einatmend langsam mit rundem Rücken. Wirbel für Wirbel hoch. Rolle zum Schluss die Schultern zurück. Und dann, mit einer Ausatmung, lass die Hände zum Boden gleiten. Und dann, mit einer Ausatmung, lass die Hände ganz auf. Einatmen, linkes Knie beugt, rechter Arm hebt, schau hoch zur rechten Hand, öffne nach rechts. Ausatmen, absetzen. Einatmen, rechtes Knie beugt, linker Arm hebt, schau hoch zur linken Hand, öffne nach links. Ausatmen, absetzen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, Kopf heben, Rücken lang, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, linkes Bein zuerst, rechtes hinterher, über die schiefe Ebene, kontrolliert in die Bauchlage. Einatmen, Oberkörper hebt. Ausatmen, leg kurz die Stirn ab. Einatmen, schieb dich zurück, den Po Richtung Fersen. Und ausatmen, Hund mit Kopf nach unten. Achtung, es geht direkt weiter. Einatmen, linker Fuß zur linken Hand, komm hoch, die einbeinige Vorbeuge. Ausatmen, setz den rechten Fuß weit nach hinten ab, linke Hand zum Knöchel. Einatmen, hebt den rechten Arm, schau hoch zur rechten Hand. Utita Trikonasana, rechte Seite, fünf Atemzüge. Mit der fünften Ausatmung, schau runter. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, linke Ellbogen aufs linke Knie, rechter Arm zieht nach vorne. Unsere Version von Utita Parsvakonasana. Fünf Atemzüge hier. Mit der fünf, schau nach unten. Einatmen, komm hoch. Und jetzt überleg, ob du dir gleich einen Block nimmst für die etwas tiefere Variante von Utita Parsvakonasana. Rechter Arm zieht über den Kopf weit nach vorne. Du blickst von unten in die rechte Handfläche. Vier, fünf, schau nach unten. Einatmen, komm hoch, streck dein linkes Bein und ausatmen, senk deine Hände Richtung Matte ab. Einatmen, heb dein linkes Bein nach hinten raus, der dreibeinige Hund. Ausatmen, komm auf die Zehenspitzen, ausatmen, setz dich tief. Einatmen, spring auf deine Knie, atme hier aus. Mit der nächsten Einatmung heb dein linkes Bein, sodass du über die rechte Schulter deinen linken Fuß betrachten kannst. Ausatmen, Knie zum Oberarm. Einatmen, komm nochmal hoch, betrachte deinen Fuß. Ausatmen, Knie zum Oberarm. Einatmen, schaff nochmal Weite. Und ausatmen, senk den linken Fuß ab und heb den linken Arm. Spür hier die Öffnung, spür die Weite, spür die Kraft, die dich trägt. Nach fünf Atemzügen setzt du deine Hand etwas mittiger auf die Matte ab. Linkes Knie nochmal zum Oberarm, ausatmen, linken Fuß absetzen. Einatmen, streck dein rechtes Bein, heb nochmal den Arm. Ausatmen, der linke Arm zieht weit nach vorne. Atme hier ein und ausatmend setz das rechte Knie und beide Ellbogen auf die Matte ab. Schau mal, ob dein linkes Fußgelenk unter dem Knie ist. Einatmen, streck dein rechtes Bein und saug jetzt für Weite. Deine rechte Ferse zieht nach hinten, dein Brustbein zieht nach vorn. Wenn das zu kompliziert ist, nimm dir hier gern für die Ellbogen einen Block. Mit der nächsten Einatmung komm hoch auf die Hände, atme hier aus. Einatmend heb nochmal den linken Arm, öffne dich zur Seite und dein linker Fuß krabbelt jetzt etwas Richtung Mattenmitte. Ausatmen, senk die linke Hand ab, senk das rechte Knie ab. Einatmend greif deinen linken großen Zeh und streck dein Bein nach vorne weg. Spür die Öffnung, spür die Weite und komm in Kontakt mit der Kraft deiner Mitte, die es dir erlaubt, deine Situation zu verändern und dein linkes gestrecktes Bein kontrolliert zum vorderen Mattenende zu bringen. Ausatmen, absetzen. Einatmen, schaff nochmal Länge. Ausatmen, leg dich über dein gestrecktes linkes Bein. Einatmen, hier. Ausatmen, komm nochmal in die Vorbeuge. Dann atme ein, komm auf die Fingerspitzen, atme hier aus. Ausatmen, zieh deinen linken Fuß zurück, atme hier aus. Mit der nächsten Einatmung streck dein linkes Bein, setz den rechten Fuß neben den linken, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, heb die Arme über die Seite an. Und ausatmen, senk die Arme ab. Wir machen direkt die andere Seite. Einatmen, Arme über die Seite heben, schau hoch. Ausatmen, beug dich vor, setz die Hände ganz auf. Einatmen, linkes Knie beugt, rechter Arm hebt. Ausatmen, absetzen. Einatmen, rechtes Knie beugt, linker Arm hebt. Ausatmen, absetzen. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Und ausatmen, rechtes Bein zuerst, linkes hinterher. Komm in die Bauchlage. Einatmen, Oberkörper hebt. Ausatmen, leg die Stirn ab. Ein, schieb dich zurück, den Po Richtung Fersen. Ausatmen, Hund mit Kopf nach unten. Einatmen, rechter Fuß zur rechten Hand. Komm hoch in die einbeinige Vorbeuge. Ausatmen, linken Fuß absetzen. Heb den Arm. Tita Trikonasana. Linke Seite. Fünf Atemzüge. Vier Fünf Schau runter. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, rechte Ellbogen, aufs rechte Knie, linker Arm zieht nach vorn. Unsere Version von Utita Paschvakonasana. Drei Vier Fünf Schau nach unten. Einatmen, komm hoch. Überleg jetzt, ob du wieder einen Block zur Hilfe nehmen möchtest. Ausatmen, komm runter für die tiefe Version von Utita Paschvakonasana. Schau von unten in deine Handfläche. Fünf Atemzüge hier. Schau runter. Einatmen, komm hoch. Streck dein rechtes Bein. Ausatmen, bring deine Hände zur Matte. Einatmen. Einatmen, heb deinen rechten Fuß raus. Dreibeiniger Hund. Ausatmen. Vierbeiniger Hund. Einatmen, komm auf die Zehenspitzen. Ausatmen. Und einatmen, spring auf die Knie. Atme hier aus. Mit der nächsten Einatmung. Hebe dein rechtes Bein hinten rüber, bis du deinen rechten Fuß über die linke Schulter sehen kannst. Ausatmen. Knie zum Oberarm. Einatmen. Betrachte deinen Fuß über die linke Schulter. Ausatmen. Knie zum Oberarm. Nochmal so. Einatmen. Betrachte deinen Fuß. Ausatmen. Knie zum Oberarm. Einatmen. Bring dein Bein nochmal weit rüber. Ausatmen. Setz den rechten Fuß ab. Heb den rechten Arm einatmend. Spür die Öffnung. Spür die Weite. Spür die Kraft, die dich trägt. Nach fünf Atemzügen. Setz die rechte Hand etwas mittiger ab. Einatmen. Rechtes Knie zum Oberarm. Ausatmen. Rechten Fuß absetzen. Einatmen. Linkes Bein strecken. Rechten Arm heben. Nochmal Öffnung. Nochmal Weite. Ausatmen. Rechter Arm zieht nach vorne. Einatmen hier. Ausatmen. Setz dein linkes Knie und beide Ellbogen ab. Nimm dir eventuellen Block für die Ellbogen zu Hilfe. Einatmen. Streck dein linkes Bein und sorg jetzt wieder für Weite. Ferse arbeitet nach hinten. Brustbein arbeitet nach vorn. Mit der nächsten Einatmung komm hoch auf die Hände. Atme aus. Einatmend heb nochmal den rechten Arm. Dein rechter Fuß wandert Richtung Mitte. Ausatmend setz die rechte Hand und das linke Knie ab. Achtung, viel Kraft. Einatmen. Greif deinen großen Zeh und streck dein rechtes Bein nach vorne weg. Öffne dich. Schaffe Raum und spüre gleichzeitig wieder die Kraft deiner Mitte, die es dir erlaubt, die Situation zu verändern. Eine andere Position einzunehmen. Bring den Fuß nach vorne. Atme nochmal ein. Sorg für Länge. Ausatmend beug dich über das rechte Bein. Einatmen hier. Ausatmen. Komm nochmal in die Dehnung. Mit der nächsten Einatmung komm auf die Fingerspitzen. Atme hier aus. Einatmend zieh den rechten Fuß zurück. Atme hier aus. Einatmend streck das rechte Bein. Bring den linken Fuß neben den rechten. Ausatmen. Die ganze Vorbeuge. Einatmen. Heb die Arme über die Seite an. Und ausatmen. Senke die Hände ab. Leg die Daumen auf deine Brust. Gönn dir hier acht Atemzüge Pause. Atme tief und ruhig. Finde über die Atmung nochmal deine Mitte. Versuch wieder zu dieser ausgeglichenen Atmung zu kommen. Ein- und Ausatmung. Gleich lang. Zähle deine Sekunden. Mit der nächsten Ausatmung senke die Hände ab. Nächste Runde. Einatmen. Arme über die Seite heben. Schau hoch zu den Daumen. Ausatmen. Beug dich vor. Die ganze Vorbeuge. Ein- und die halbe Vorbeuge. Und aus. Linkes Bein zuerst. Rechtes hinterher. Komm runter in die Bauchlage. Achtung. Bring jetzt deine Arme und Hände unter deinen Körper, so dass die Handflächen nach unten Richtung Matte schauen. Dann presse deine Fußballen aufeinander und einatmend hebe deine Beine komplett an. Fünf Atemzüge hier. Die komplette Körperrückseite arbeitet. Vier. Fünf. Ausatmen. Leg die Beine ab. Einatmend. Bring deine Hände ohne die Matte zu berühren. Nach vorne. Und ausatmen. Leg Hände und Stirn ab. Einatmen. Schieb dich zurück. Aus. Hund mit Kopf nach unten. Einatmen. Komm auf die linken Zehenspitzen. Heb dein rechtes Bein raus. Ausatmen. Bring deinen rechten Fuß über die linke Schulter. Einatmen. Rechtes Knie zum linken Oberarm. Ausatmen. Komm nochmal komplett außenrum. Einatmen. Knie zum Oberarm. Ausatmen. Geh nochmal den ganzen Weg. Und dann mit der Einatmung leg deinen rechten Fuß über das linke Knie. Ausatmen. Komm auf die linke Fußaußenkante. Einatmen. Heb den rechten Arm. Und jetzt komm in Zeitlupe mit der Kraft deiner Mitte mit dem rechten Fuß langsam nach vorne. Senk die rechte Hand ab. Einatmen. Die halbe Vorbeuge. Ausatmen. Rechtes Bein zuerst. Linkes hinterher. Komm in die Bauchlage. Einatmend. Greif deine Fußgelenke. Atme hier aus. Und mit der nächsten Einatmung komm hoch. Der umgedrehte Bogen. Urdua Danurasana. Fünf Atemzüge. Mit der nächsten Ausatmung leg deine Beine ab. Einatmen. Bring deine Hände wieder ohne die Matte zu berühren nach vorne. Ausatmen. Hände und Stirn ablegen. Einatmen. Schieb dich zurück den Po Richtung Fersen. Und ausatmen. Hund mit Kopf nach unten. Einatmen. Komm hoch. Bring dein linkes Bein rüber. Schau über die rechte Schulter. Ausatmen. Linkes Knie zum rechten Oberarm. Einatmen. Nochmal genauso. Ausatmen. Knie zum Oberarm. Einatmen. Ein letztes Mal außenrum gehen. Ausatmen. Linken Fuß über das rechte Knie. Und auf die Fußaußenkante kommen. Einatmen. Heb deinen linken Arm. Und ausatmen. Verknüpf dich nochmal mit der Kraft deiner Mitte. Komm in Zeitlupe nach vorne. Setz die linke Hand ab. Einatmen. Komm hoch. Die halbe Vorbeuge. Ausatmen. Die ganze Vorbeuge. Jetzt ruckel mit deinen Füßen etwas auseinander, damit du mehr Platz hast. Und dann komm einatmend die Arme über die Seite angehoben nach oben. Ausatmen. Setz dich tief. Drücke mit deinen Ellbogen deine Knie auseinander. Und leg nochmal deine Daumen auf deine Brust. Und eine kleine Pause hier. Komm nochmal zurück ins Hier und Jetzt. Mit der nächsten Ausatmung senkt die Hände ab. Dann komm einatmend hoch. Leg die Hände nochmal zusammen. Und dann falte deine Finger hinter dem Steißbein. Einatmen. Heb den Kopf. Brustraum öffnet. Ausatmen. Beug dich vor. Zieh die Arme über den Kopf. Einatmen. Rechtes Knie beugt. Rechtes Schulter zum rechten Knie. Atme aus. Einatmen. Linkes Knie beugt. Linke Schulter zum linken Knie. Atme aus. Nochmal genau so. Einatmen. Öffne nach links. Ausatmen. Einatmen. Öffne nach rechts. Ausatmen. Letztes Mal. Ein. Aus. Ein. Aus. Mit der nächsten Einatmung setz dich tief. Streck die Arme nach oben. Und ausatmend komm in Zeitlupe runter, bis dein Po den Boden berührt. Dann atme ein. Navasana. Das Boot. Fünf Atemzüge hier. Nach der fünf Atme nochmal ein und ausatmend das halbe Boot. Ardha Navasana. Und nochmal fünf Atemzüge. Dann mit der Einatmung komm nochmal hoch und ausatmend leg dich langsam ab. Komm in die Rückenlage. Hebe. Hebe die Beine. Einatmend. Bring die Hände zusammen. Leg die Fußinnenseiten aufeinander. Und dann fünfmal mit den zusammengelegten Händen zwischen die Füße. Leg nie ganz ab. Immer nur bis zu den Schulterblättern. Mit der Einatmung leg dann komplett ab. Leg die Hände auf die gegenüberliegende Schulter. Und dann zieh fünfmal nur mit der Kraft deiner Bauchmuskulatur deine zusammengelegten Füße und Oberschenkel Richtung Schultern. Mit der nächsten Einatmung komm hoch in den Schulterstand. Bleib hier. Ruckel deine Ellbogen nochmal etwas enger. Blickpunkt der Bauchnabel. Mit der nächsten Ausatmung hol nochmal etwas Schwung. Komm hoch. Navasana. Atme hier ein. Und ausatmend setz die Füße ab. Leg dich ein letztes Mal in Zeitlupe. Nach hinten. Auf die Matte. In die Rückenlage. Halte das. Viel Kraft aus der Mitte deines Körpers. Komm ganz langsam runter. Und dann leg die Arme Schulter hoch. Seitlich weg. Rutsch mit deinen Füßen etwas näher zum Por. Atme ein. Und ausatmend lass die Beine nach rechts fallen. Der Blick geht nach links. Entspann dich hier schon mal ein bisschen. Und dann lass die Beine nach rechts fallen. Einatmen. Knie und Blick zur Mitte. Ausatmen. Die Knie fallen. Nach links. Der Blick geht nach rechts. Einatmen. Komm zur Mitte. Ausatmen. Streck deine Beine aus. Shavasana. Die Endentspannung. Lass deinen Atem jetzt so fließen, wie er das auf natürliche Weise will. Entspann dich komplett. Gib alle Kontrolle ab. Bleib hier so lange liegen, wie du möchtest, wie es dir deine Zeit erlaubt. Dann, einatmend, bring die Knie nach oben. Mach nochmal ein kleines Päckchen. Und dann gönn dir noch eine kleine Massage. Roll dich vor und zurück, bis der Schwung ausreicht, um zum Sitzen zu kommen. Puh, ich habe ganz schön geschwitzt, hier in der prallen Sonne. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Und denke, dass wir uns hoffentlich in einer Woche wiedersehen. Namaste. Bis dann. Bis dann. Bis dann.